Hallo und herzlich willkommen hier zum letzten Match hier in der Major League Soccer. Es ist passiert, die gelbe Karte hat Auswirkungen. Osorio wird hier Start spielen statt Delgado, der jetzt hier leider gesperrt ist. 34 hat er, Wettbewerbsrekord 34, das heißt ein Tor fehlt ihm noch für einen neuen Rekord hier. Um sich in die Geschnittsbücher einzutragen. Ja man hat hier was wunderbares geschafft, man wird hier Meister. Das ist schon mal sehr lauernd, sehr gut. Ich würde mich freuen, dass es nur eine Erwinke gibt. Das ist schon mal ganz schön. Ich würde mich die Erwinke nicht betrachten, das ist schon mal der Hall in der Mittwoch-Polge-Karte für eine Nachricht. Das ist schon mal der Gewalt, aber auch gerade in der Mittwoch-Polge-Karte, Bozoella, all die Tore lasst ihn durch. Er hat es sich genauso verdient. 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 Der Tolkien spielt auch mit. Autor von Herr der Ringe. Die Bücher unter anderem. Nein. Er hat es sich genauso verdient. 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 Nein, es ist immer absatz Leute, haben wir Opa Schön Schön Hoi da Ja Hoi da Und er hat es All die Tore Boah, jetzt muss ich auch sagen, ich habe ganze Zeit auf das gespielt, Leute Da sehen wir das neue Wettbewerbsrekord, 35 Tore Goal Toronto FC, number 17, Jose Altidore Amen. Amen. Jawohl. Amen. Das hat den Red Bull-Fans nicht so taugt. So. Das war's. Man gewinnt auch hier auswärts. 1 zu 3. Aldi Tore hat einen neuen Torschützenrekord aufgestellt auf 36 Tore. 34 war der Rekord. Schauen wir mal, wenn mich nicht alles täuscht, ist es jetzt vorbei. Oh, Konferenz-Halbfinale. So geht das dann also. Okay. Das machen wir aber das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao und Baba.